Ich weiß nicht, wo ich den Stab reinstecken soll. Oder gibt's mehrere Stäbe? Okay, der mittelste scheint wohl zu stimmen. Irgendwie ändert sich mich grad die Musik. Versuchen wir's mal. Ne, das geht noch nicht. Oh, ich glaub, die anderen Stäbe sind im Lagerraum. In den Lagerraum kommen wir ja noch nicht rein, da fehlt ja auch noch was. Da kommen wir ja auch noch nicht weiter. Ich dreh durch. Also bis jetzt hat er nur in der Mitte... Ne, auch nicht. Also es bringt uns so nicht weiter. Ich glaub, wir müssen erst in den Lagerraum die anderen beiden Stäbe finden. Ah, ich wusste, dass der Maschinenraum... ...der hält uns auf Trab. Oh, ich hab da eben die Lambe hier angezündet. Nämlich veräppeln. So, mit diesen Teilen hier stimmt was nicht. Unten und oben stehen nömische Zahlen. Und das muss irgendwie ausgeglichen werden, sozusagen. Hört sich blöd an. Aber das muss irgendwie im Gleichgewicht stehen. Also oben muss genau das gleiche sein wie unten oder so. Irgendwie war das. Jetzt muss ich auch kurz überlegen. Oh, wie war das? Ich glaub, oben müssen 8 stehen und unten müssen 8 stehen. Oh, das ist voll dunkel. Ich kann die Zahlen voll schlecht sehen. Der Sturm ist gleichmäßig und stabil. Ah, ja. Also einmal nach unten wieder. Das war jetzt reines Lack. Ich hab nämlich nicht ausgerechnet, ob oben unten gleich ist. Jetzt stecken wir diesen Stab wieder hier rein. Wir hoffen nun, dass der eine reicht. Dieser Unterstellungsunterbrecher, links da. Ich glaub, der schickt nicht. Da brauchen wir drei Stück. Wir sind nicht sicher. Wir versuchen es trotzdem, ob die Maschine schon läuft. Jetzt geht sie gar nicht mehr. Okay, also das funktioniert so nicht. Wir müssen tatsächlich in den Lagerraum. So kommen wir hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen den Lagerraum und noch den anderen zwei Stäben suchen. In der Zeit kann ich doch ein bisschen Kaffee trinken. Ach ja, so ist das. Aber ich will nicht in den Lagerraum. Das Monster ist im Lagerraum. Ich will da nicht hin. Nein. Daniel. Ich weiß nur, dass hier irgendwann alles voller Blut ist. Da kann ich mich auch sehr gut erinnern. Ich will da unten den Lagerraum aufsprengen. Und dieser Bombe, die ich gebastelt hab. Da haben noch diese Chemiebombe da gemacht. Oh, Ladescreen, Ladescreen. Oh, Ladescreen. Freddy. Oh nein, die Frauenstimme wieder. Freddy. Oh. Ja, hier geht's weiter. Zum Lagerraum. Oh, wir kommen irgendwie nicht hier weiter. Der Gegenskant kann hier nicht verwendet werden. Oh, wo und dann bitte? Ich kann ja wohl schlecht die Steine mit der Hand wegräumen. Das Blut. Moment, da mal. Ein Schutz zum Erfinden, ein weiteres Durchkommen im Lagerraum. Finde, einen Weg durchzukommen. Ja, dann hab ich eigentlich nur noch eine Idee. Es ist mit einem der zwei Bestandteile für die Herstellung der Explosiven Mischung gefüllt. Uns fehlt der zweite Bestandteil. Na, jetzt check ich das erst. Ich hab nur aus einem Fass was rausgenommen. Ähm. Ja, dann einmal noch eine Raffinerie zurück. Äh, nicht eine Raffinerie, hier zu diesen Fässern. Ah, hier ist das zweite. Das heißt, wir brauchen nochmal diesen Border. So, und jetzt schnell diese Topf da hinstellen. Ah, jetzt ist es erst, äh, scharf, diese Blut-Explosive-Mischung. Aufgenommen, Abtrieb-Pass, Explosivstoff. Oh nein. Ich weiß ganz genau, dass der hier irgendwo ist. Oder wenn man aus dem Lagerraum zurückkehrt. Ich weiß, dass der hier ist. Der soll weggehen. Gegenstand kann auf das Subjekt nicht angewendet werden. So, jetzt brauchen wir so einen Stein. Das wurde mir eben hingetan. Ich glaub, das konnte man nämlich, äh, entzünden, wenn man einen Stein taub will. Und jetzt schnell laufen. Der Weg freigesprengt. Und jetzt lauf. Weil hier ist irgendwo Freddy. Warum tust du das? Geh weg von mir! Oh nein, der ist hier irgendwo. Also hier sind die Maschinenbauteile versteckt. Aber auch unser Freund. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Aber der ist hier irgendwo. Am besten setzen wir uns in irgendeine Ecke hinkauern und zum lieben Gott beten. Ah! Die Kirche. Ich erinnere mich. Da hab ich böse Erinnerungen an. Zünderwüchsen. Also zur Erinnerung, uns fehlen noch zwei Stäbe. Da ist er. Lauf. 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 Lauf einfach. Ich setz uns jetzt hier in die Ecke und warten, bis es rum ist. Geh einfach weg. Lass mich einfach in Frieden, Junge. Und nein, ich drehe mich jetzt nicht um. Hä? An die Stelle erinnere ich mich nicht. Ah, doch. Hier oben war der auch. Jetzt weiß es wieder. Hier kommt der gleich hingelaufen. Ich erinnere mich doch wieder. Hier sind die zwei Stäbe und hier kommt der jetzt gleich rein. Ich setze mich schon mal hier hin. Ich glaube, der läuft jetzt hier rein. Ich habe Angst. Wenn ich jetzt raus will, sitzt der da glaube ich. Boah, also mir schlägt das jetzt gerade höher, Freunde. Ich glaube, wenn man die Stäbe wegnimmt, dann kommt der. Ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Der ist da. Schnell in die Ecke gucken. Mach die Lärmung aus. Boah, jetzt mal kurz warten, ey. Der soll weggehen. Freddy, geh, such dir essen oder so. Der steht vor der Tür, ich weiß es. Der ist da. Wenn der jetzt die Tür öffengelassen hat. Die Tür ist verschlossen. Ich habe auch in Erinnerung, dass der die aufmacht. Falle eines fehlenden Stabes. Wenn kein vollständiger Sattstäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Ja, aber zwei reichen uns nicht. Also wir haben ja schon den einen ausbestürt, der ist immer. Boah, der ist da irgendwo. Ich würde jetzt gerne speichern, aber geht nicht. Ähm, macht euch schon mal drauf, dass wir jetzt sterben werden. Na, der ist hier irgendwo. Also ich weiß, dass ich hier beim ersten Mal gestorben bin, definitiv. Ich bin ihm genau in die Arme gelaufen. Ich weiß jetzt, die Tür ist noch verschlossen, aber der kommt da bestimmt. Der steht direkt vor der Tür. Ich könnte so kotzen. Ja, jetzt schlägt er die Tür auf. Nein. Nein, du siehst mich nicht. Geh bitte weg. Du siehst mich nicht. Geh weg. Du hörst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du riechst mich nicht. Bitte. Ich will am Samstag noch boxen gucken. Du hast mich nicht gesehen, okay? Ich mag es nicht, meinen Kopf rumzudrehen. Der ist da noch. Der ist da noch. Wir bleiben mal sitzen, solange die Musik da ist. Ich habe die Tür aufgelassen. Wir laufen jetzt ganz schnell an dem vorbei. Wir versuchen es zumindest. Wünscht mir Glück. Wir laufen einfach an dem vorbei, weil ich weiß, der ist hier vorne noch irgendwo. Der ist hier, ich weiß das. Geh weg. Geh weg. Komm, lass mich einfach. Geh einfach weg. Wir gehen gleich nochmal jetzt zurück, weil ich glaube, wir gibt es noch ein bisschen Aufladung. Und wo sind wir. Dunkelheit kann uns versteckt gehen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo man wieder gespawnt wird. Schau deine Feinde nicht zu lange an. Dein Geistenszuschaff ist schlechter und du wirst vielleicht gesehen. Ja, super. Nun haben wir die Stäbe noch. Ja. Sollten wir ihn nicht anschauen, sonst tun wir das auch nicht. Ach, das ist super. Ich bin zweimal schon gestorben. Ja, wie sollen wir dem denn ausweichen? Ich kam hier an die Stelle. Ich weiß, dass der da ist, aber ich weiß nicht mehr, wie ich beim ersten Mal vorbeigekommen bin. Wenn wir jetzt wieder am gleichen Spawnpunkt stehen, dann keine Ahnung. Ich glaube, ich bin noch mal zurück in die Küche. Ich geh nochmal hier in das Lager zurück. Boah, das ist so unheimlich, ey. Boah, hier war doch auch irgendwas. Ey, Lampenöl. Geh weg. Geh weg. Lass mich an das Lampenöl. Das hier wäre ein gutes Versteck, wenn der jetzt hier reinkommt. Ich glaube, den gefallen tut er uns nicht. Ich habe auch eine Idee, wir lassen jetzt einfach mal das Licht aus. Wir gehen mal hinten in den zweiten Raum. Hier ist der bestimmt rausgekommen, mir war nicht die Tür offen. Sünderdosen. Sünderdosen. Ich bin dafür, dass wir hier sitzen bleiben, hier nicht mehr weggehen. Ready. Wir könnten ja nochmal zurückgehen zum Studierzimmer. Äh, nicht zum Studierzimmer, sondern in den Maschinenteilen. In den Raum, wo die Maschinenteile sind. Das sind der Dosen. Ja, macht euch mal Gedanken, wie kommen wir an dem Typ vorbei. Also der ist ja noch definitiv. Das habe ich echt keine Idee. Sollen wir nochmal hier hochgehen? Das bringt uns ja auch nicht irgendwie, irgendwie nicht weiter. Also ich würde sagen, wir versuchen nochmal an ihm vorbeizulaufen. Oh, wir sollen den ja irgendwie nicht angucken. Aber ich habe den ja nicht angeguckt. Ich habe versucht, an ihm vorbeizulinsen. So, hier vorne ist die Treppe. Hier steht er wieder. Okay, wir müssen mal kurz die Regale checken. Ich glaube, der ist direkt hinter uns. Also wir laufen einfach mal schnell die Uhr und drücken auf die Tür. Versuchen, in die hintere Halle zurückzukommen. Professor Taylor war der zweite... Ach, das kennt man schon. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier unten noch was gegessen haben. Verlau' das Schreck. Ah, ich wusste es. Jetzt ist es hier alles wieder. Dieser Klipper-Schleim und alles voll Blut. Das Zeichen dafür, dass wir hier schnell weg müssen, sonst sind wir tot. So. Nix wie den Aufzug reparieren und dann bin ich weg hier, ey. Wir sind dann weg hier. Mir läuft das Eiskallenrücken und ey. Also obwohl ich es schon mal gespielt habe, auch wenn es schon jetzt ein gutes Jahr her ist, dann habe ich das Spiel immer noch wieder ohne Mist. Das war das mit dem Druckausgleich. Dann gehen wir mal hier runter. Und setzen mal die anderen beiden Stäbe ein. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Line folgt. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Situation. Ich weiß gar nicht, ob es hier ange Eleven ist. Also wenn ich es war. Vielen Dank.